hallo und herzlich willkommen hier erneut auf bluframe video naja wir haben herbst 10 10 2024 es gibt aber im herbst immer bei uns eine veranstaltung das nennt sich bauernmarkt bauern und kreativmarkt glaube ich sogar der findet hinter mir an der bürgerhalle teilweise auch in der bürgerhalle statt und hier außen auf dem platz im moment ist morgen tüv freitag der elfte und deswegen stellen wir noch ganz viele autos rum das muss geräumt werden dann geht das hier los aber vom bauern und kreativmarkt wollte ich heute nicht berichten dass der natürlich stattfindet das wollte ich euch sagen natürlich wie immer bei schönem wetter aber habe ich auch schon mal gesagt die brennerei die märkische spezialitäten brennerei hier haben wir auch in der nähe ich fahre da gleich mit meinem scooter hin das sind ein paar hundert meter da kann man auch zu fuß hingehen wenn man einmal hier ist und da kann man brände probieren aber dieses jahr gibt es ein absolutes highlight man kann nämlich die höhle besichtigen indem der hagener höhlen whisky reift da gibt es führungen da werden gruppen gebildet dann geht man dadurch nehmt euch feste schuhwerk mit das ist natürlich tropfstein höhle ist ja nicht aber in höhlen kommt immer wasser runter da sind dann kleine pfützen und müsst auf jeden fall wasserdichte schuhwerk haben aber wie das da aussieht da fahren wir jetzt nämlich hin erste brennerei und dann anschließend gibt es bilder von der höhle da könnt ihr euch darauf freuen und deswegen kommt ihr alle mit die ersten kunden die kommen hier schon märkische spezialitäten brauerei da sind noch mal die termine sind das keine kunden genieße entschuldige bitte ja das ist die brennerei hier ich hatte schon des öfteren mal bilder gemacht hier sind die schnäpse die man probieren kann die man kaufen kann mitnehmen kann es lohnt sich wirklich hier das sind spezialitäten die sonst keiner anbietet ja wir haben hier nicht nur schnaps und bier und kaffee sondern die nicole ist hier die wird euch kuchen kredenzen und waffeln kaffee was man so haben muss und hier gibt es natürlich auch einen super schönen grill das finde ich mal sehr romantisch hier da werden würstchen drauf gemacht und steaks also es lohnt sich hier wirklich mal hinzukommen ruhig bisschen früher weil um 18 uhr machen die zu hier man braucht hier ein bisschen zeit ja hier sind die gekühlten getränke das ist sogar eine selbstbedienung selbst bedienung hier und hallo es ist alles schön eingerichtet wirklich dieses alte gebäude lohnt sich aber was jetzt was kommt jetzt jetzt gehen wir nämlich in die höhle und das ist das absolute highlight hier kommt früh genug damit euch irgendwelchen gruppen anschließen könnt und ich war ja schon mal da deswegen kann ich euch jetzt bilder zeigen und deswegen seid ihr jetzt mal wieder dabei ja der klaus wurm ist ja hier der betreiber und der besitzer dieser brennerei und ist auch der brennmeister nennt sich das eigentlich so naja auf jeden fall könnt ihr euch freuen hier am 12 10 2024 hinzukommen ihr werdet mich auch sehen ich werde auch hier sein aber ich trinke nicht mit jedem einen schnaps das geht natürlich nicht ja wenn es euch gefallen hat hier sehen wir uns auf jeden fall wieder hier auf blue frame video macht's gut und